Heute ist Samstag. Immer wenn jemand erzählt, dass man ein Samst ist, dann gehört ihm das Samst. Verlassen Sie sich da hoch! Willst du das oder wünschst du das? Ich will das! Achso! Oh! 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 Wer kann es mir? Setzen! Ja! Äh! Ich will sagen! Ich bin der Augenkette! Das Kind meiner Tante! Äh! Meiner Schwester! Meiner Tantenschwester! Das ist ein Papierkorb! Daraus kann man nicht essen! Doch! Schau rein! Kannst du denn nicht noch ein bisschen länger bleiben?